Kapitel 5 Wie effektiv reagieren Kanadas Immigrationsgesetze und Richtlinien auf Immigrationsfragen? Stelle durch eine informelle Umfrage fest, wie viele deiner Freunde Vorfahren aus anderen Ländern haben. Die Familien vieler Kanadier stammten aus anderen Teilen der Welt und immigrierten nach Kanada. Was gewinnt Kanada durch neue Immigration? Wie geht die Regierung heute mit neuen Fragen der Immigration um? Dieses Kapitel untersucht Kanadas Immigrationsgesetze und Richtlinien. Diese besagen, wer aus anderen Ländern nach Kanada kommen darf, um hier zu arbeiten und zu leben. Die Immigration ist ein wichtiger Teil des kanadischen Gesetzwerks, weil sie die Lebensqualität von Kanadiern und von Menschen, die eine Heimat in Kanada suchen, beeinflusst. Menschen wollen aus vielen Gründen nach Kanada kommen. Die Lebensqualität zieht viele Menschen an. Kanada gewährt auch Zuflucht für viele Flüchtlinge, die wegen Krieg oder anderer Umstände aus ihrer Heimat vertrieben werden. Die Immigration bietet Möglichkeiten und Herausforderungen für Gemeinschaft, für den Aufbau einer Gesellschaft, zu der alle Kanadier, Eingesessene und Neue, gehören können. Während du liest, wirst du bewerten, wie effektiv Kanadas Immigrationsgesetze und Richtlinien die Bedürfnisse aller Kanadier erfüllen. Überlege dir, wie die Regierung auf neue Fragen der Immigration reagiert. Hauptfragen Welche Kriterien werden in Kanada angewendet, um Einwanderer und Flüchtlinge aufzunehmen? Wie beeinflussen die Individualrechte und Kollektivrechte von Kanadiern die Immigrationsrechte und Richtlinien? Welchen Einfluss haben die Provinzen auf Immigrationsgesetze und Richtlinien? Betrachte diese Poster. Welche Umstände haben in der Vergangenheit die Immigration beeinflusst? Die Immigration Menschen etablieren eine Heimat und oft auch Staatsbürgerschaft in einem Land, das nicht ihr ursprüngliches Heimatland ist. Unterstrich 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 Mit Postern, wie diesen aus dem späten 19. Jahrhundert, versuchte die kanadische Regierung Einwanderer nach Kanada zu locken. Kanada wollte Einwanderer anwerben, um die Ziele der nationalen Politik zu erfüllen, um die kanadische Industrie zu fördern, die nationale Eisenbahn zu vollenden und den Westen zu besiedeln. Die nationale Politik wurde 1873 von John A. Meckden als Regierung formuliert. Die Regierung warb in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und in vielen europäischen Ländern um Einwanderer. In Ländern mit französischsprachigen Einwohnern, z.B. Frankreich, Belgien und der Schweiz wurden dagegen nicht geworben. Stelle anhand dieser Fotos fest, welche Möglichkeiten und Herausforderungen die Immigration für Kanada schafft. Dieses Schild stellt eine Möglichkeit für jemanden dar. Kanada gewährt mehr Einwanderern auf Enthalt, wenn Arbeitskräftemangel herrscht, sodass Einwanderer mit spezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen den Bedarf in bestimmten Arbeitsbereichen füllen können. Dieses Foto zeigt Michaelle Jean, eine Frankofone, mit Herkunft aus Haiti. Im Jahr 2005 wurde sie als Generalgouverneur Kanadas eingesetzt. Die Immigration betrifft die Identität von Menschen, die nach Kanada kommen. Sie betrifft auch die Identität von Menschen, die schon hier leben, sowie Gruppen in Kanada mit. Kollektivrechten Die Immigration schafft eine Vielfalt von Kulturen, wo Menschen den Glauben, die Werte und Weltanschauungen der anderen kennenlernen müssen. Hier ist ein Flüchtlingslager in Nord-Dafur, Sudan. Der Konflikt im Sudan zwang die Menschen aus ihrer Heimat zu fliehen. Kanada hat Verbindlichkeiten, den Menschen Zuflucht zu gewähren, die von Krieg und anderen Gefahren betroffen sind. Die Einwanderungspolitik muss die Sicherheit, die Gesundheit und die Lebensqualität von Menschen, die schon in Kanada leben, in Betracht ziehen. Erstelle ein Storyboard über Themen zur Immigration in Kanada. Deine Rolle Die führende Firma für multimediale Lernprogramme entwirft eine Reihe Dokumentarfilme, die sich auf Gemeinschaft und Immigration in Kanada beziehen. Die Produzenten der Serie wollen aktuelle Immigrationsthemen hervorheben. Sie suchen junge Produzenten, die für einen Dokumentarfilm einen Vorschlag in Form eines Storyboards unterbreiten. Dein Vorschlag soll diese Frage beantworten. Welche Faktoren sollten die Einwanderungspolitik Kanadas am meisten prägen? Wirtschaft, Politik, Gesundheit oder Sicherheit? Du wirst eine Frage erforschen und ein Storyboard erstellen, das deine Forschung und Schlussfolgerungen zusammenfasst. Deine Präsentation Deine Forschung sollte folgende Fragen beantworten. Welche Faktoren und Probleme beeinflussen Kanadas? Einwanderungspolitik Wie reagiert die Regierung auf Immigrationsfragen? Stütze deine Meinung mit Fakten, Ideen und anderen Beweismitteln Die Immigration hat einen Einfluss auf Gemeinschaft, Identität und Lebensqualität Teile deine Ideen über Themen, die durch die Immigration in Kanada entstehen. Archene Zouaoui emigrierte von Algerien, einem Land mit vielen französisch sprechenden Menschen, nach Kanada. Er und seine Familie entschieden sich, in Montreal zu leben, wo die Mehrheit der Menschen französisch spricht. In diesem Foto aus dem Jahr 2005 füllt er die Regale im Geschäft seines Vaters in Montreal. Überlege dir, welche Möglichkeiten und Herausforderungen bringt die Immigration für die Gemeinschaft in Kanada. Wessen Perspektiven solltest du in deinem Dokumentarfilm einbeziehen? Los geht's! Während du liest und dir Notizen machst, bewerte die Faktoren, die Kanadas Einwanderungspolitik betreffen. Bewerte sie auf einer Skala von 1 bis 5, um festzustellen, welcher Faktor, deiner Meinung nach, am wichtigsten sein sollte. Wirtschaftliche Faktoren Politische Faktoren Gesundheitliche Faktoren Sicherheits-Faktoren Warum wurde die Politik entwickelt? Welche Individuen und Gruppen werden dadurch betroffen? Welche Themen oder Probleme sind damit verbunden? Inwieweit ist die Lebensqualität betroffen? Welche Ansichten und Perspektiven gibt es über die Politik? Wie reagiert die Regierung auf diese Themen? Gesamtbewertung Welche Aufnahmekriterien gelten in Kanada für Einwanderer und Flüchtlinge? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt wirst du über die Kriterien lesen, die von der Regierung angewendet werden, um zu bestimmen, welche Einwanderer in Kanada akzeptiert werden. Hier findest du Verschiedene Rechtsvorschriften zur Einwanderung für Ai Wanderer und Flüchtlinge Einen Comic, der Kanadas Punktesystem veranschaulicht Faktoren, die die Einwanderungspolitik betreffen Wenn man kanadischer Staatsbürger wird, schwört man, dem Monarchen Kanadas treu zu bleiben, sich an die Gesetze Kanadas zu halten und seine staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen. Man bekommt das Recht zu wählen. Dieses Foto zeigt zweierlei Entscheidungen Die Entscheidung dieser Menschen, kanadische Staatsbürger zu werden und die Entscheidung Kanadas, diese Menschen als Einwanderer zu akzeptieren Überlege dir, welche Faktoren hatten Einfluss auf diese Entscheidungen? Was solltest du beachten? Während du den Abschnitt liest, achte auf Die Kriterien, die in Kanada angewendet werden, um zu bestimmen, welche Einwanderer und Flüchtlinge im Land akzeptiert werden Die Vor- und Nachteile von Kanadas Punktesystems Fragen im Zusammenhang mit Einwanderungsvorschriften Was ist das Gesetz für Immigration und Flüchtlingsschutz, Immigration and Refugee Protection Act? Dieses Gesetz stammt aus dem Jahr 2002 Es ist das neueste von vielen Immigrationsgesetzen, die in Kanada in Kraft traten, seit Kanada 1867 ein Land wurde Es führt Kategorien ein, um zu bestimmen, wer aus anderen Ländern nach Kanada kommen darf, um hier einen permanenten Wohnsitz zu haben Es legt die Ziele dieser Kategorien fest Immigrationskategorien, 2006 Flüchtlinge, 13% Menschen, die vor Verfolgung, Folter oder grausamer und ungewöhnlicher Strafe auf der Flucht sind Familienklasse, 28% Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern und Großeltern von Menschen, die in Kanada leben Andere, 4% Menschen, denen als Einwanderer aus humanitären oder barmherzigen Gründen Aufenthalt gewährt wird Wirtschaftsimmigranten, 55% Facharbeiter und Geschäftsleute Für die Ziele des Gesetzes mit Bezug auf Flüchtlinge siehe Seite 177 Was sind die grundlegenden Werte, die in dem Gesetz reflektiert werden? Was bedeuten sie für Gemeinschaft und Identität in Kanada? Einige Ziele des Gesetzes für Immigration und Flüchtlingsschutz, 2002 Ziele für die Immigration Gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Vorteile für alle Kanadier zu erstreben Die bilingualen und multikulturellen Eigenschaften Kanadas zu respektieren Die Entwicklung von Gemeinden offizieller Sprachminderheiten in Kanada zu unterstützen Die Vorteile der Immigration zu teilen und eine dynamisch wachsende Wirtschaft in ganz Kanada zu fördern Getrennte Familien in Kanada zusammenzuführen Die erfolgreiche Integration von Einwanderern in die kanadische Gesellschaft zu fördern, mit der Kenntnis, dass die Integration gegenseitige Verpflichtungen für neue Einwanderer und die kanadische Gesellschaft umfasst Wie erfüllt Immigration die Bedürfnisse von Kanadas Arbeitsmarkt? Die folgende Aussage stammt aus dem Staatlichen Amt für Staatsbürgerschaft und Immigration Kanadas, Citizenship and Immigration Canada Dieses Amt ist dafür verantwortlich, Kanadas Einwanderungsvorschriften in die Tat umzusetzen Die Aussage stammt aus einem Dokument, worin die Pläne der Regierung für die Zukunft der Immigration beschrieben werden Welche Vorteile zieht diese Quelle aus der Immigration für Kanada? 2006 bis 2007 Pläne und Prioritäten Die Immigration hat weitgehend definiert, was Kanada heute ist und ist eine erhaltende Funktion in der kanadischen Geschichte Einwanderungswellen haben zur Entwicklung und zum Wandel der Bevölkerung beigetragen und bedeutende Beiträge für die Entwicklung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Kultur geleistet Die Immigration spielt weiterhin eine wichtige Rolle für den Aufbau Kanadas und für unser Wirtschaftswachstum Wie auch andere Industrieländer, steht Kanada vor signifikanten demografischen Veränderungen Nach Statistics Canada wird irgendwann zwischen 2025 und 2030 die Geburtenrate genauso groß sein wie die Sterberate Wenn Kanadas Bevölkerung weiterhin anwachsen soll, wird die Immigration die Quelle dieses Wachstums sein, es sei denn Geburtenrate und Sterberate ändern sich Diese demografischen Faktoren verlangsamen auch den Arbeitskräftezuwachs Der Arbeitskräftezuwachs ist ein Schlüsselfaktor für das Wirtschaftswachstum Irgendwann zwischen 2011 und 2016 wird die Anzahl der Kanadier, die ins Erwerbsleben eintreten, der Anzahl der Menschen, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, entsprechen Ohne Immigration wird Kanadas Arbeitskraft zurückgehen Nach dem 2006 bis 2007 Bericht über Pläne und Prioritäten, Amt für Staatsbürgerschaft und Immigration Kanada, Seite 5 Aufforderung, denke kritisch Im Jahr 2007 hat Kanada mehr als 250.000 Einwanderer aufgenommen, eine der höchsten Raten der vergangenen 50 Jahre Was könnte der Grund für diese Richtlinie sein? Wie unterscheidet sich ein Gesetz von einer Richtlinie? Regierungen schaffen Gesetze und sie schaffen auch Richtlinien Ein Gesetz beschreibt Grundsätze und Bedingungen, die befolgt werden müssen Eine Richtlinie beschreibt die Ziele der Regierung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Beispiel, die Immigration Das Immigrationsgesetz besagt, wer in Kanada zugelassen wird Die Richtlinien für Immigration legen die Verfahren dafür fest, wie Einwanderer bewertet werden und legen fest, wie viele Menschen von Jahr zu Jahr nach Kanada einreisen dürfen Ein weiteres Beispiel für den Unterschied zwischen einem Gesetz und einer Richtlinie befindet sich auf Seite 131. Verbindung zu den großen Ideen Erster Wie zeigt der Comic die Punkte summieren, dass die Wirtschaft ein wichtiger Faktor ist, um zu bestimmen, wen Kanada als Immigrant zulässt? An welchen Stellen in der Geschichte kommt dieser Faktor zum Vorschein? Welche weiteren Faktoren politische, gesundheitliche und Sicherheitsfaktoren kannst du im Comic identifizieren? Zweiter Wie könnten Entscheidungen, die auf Wirtschaft basieren, deine Lebensqualität beeinflussen? Dritter Betrachte die Informationen in diesem Foto Beantworte dann die Frage Welche Fragen ergeben sich aus der wirtschaftlich bezogenen Immigration? Alla Androsiv im grünen Pullover feiert 2007 den kanadischen Nationalfeiertag, Canada Day, mit anderen neuen Immigranten Sie ist Ärztin aus der Ukraine und kam im Jahr 2006 nach Kanada Meine Qualifikationen werden hier nicht anerkannt, also müsste ich hier wieder von vorne anfangen Es geht mir so wie vielen Fachkräften Wir haben gute Arbeitsstellen aufgegeben und arbeiten hier als Reinigungs- oder Bedienungspersonal Es ist ausgesprochen frustrierend Aber ich hoffe, wieder im medizinischen Bereich arbeiten zu können, vielleicht als Krankenpflegerin Welches Punktesystem wird für die Aufnahme von Immigranten angewendet? Der Comic im vorherigen Abschnitt untersucht Kanadas Punktesystem Dieses System ist ein Teil der Kriterien, die in Kanada angewendet werden, um zu bestimmen, wen man als Einwanderer aufnimmt Das Punktesystem stammt aus dem Jahr 1967 Es bezieht sich nur auf Wirtschaftseinwanderer, qualifizierte Arbeiter und Fachkräfte Flüchtlinge und Einwanderer aus der Familienklasse müssen die Kriterien des Punktesystems nicht erfüllen Ist man weder Flüchtling noch Familienklasse Immigrant, muss man die Kriterien des Punktesystems erfüllen, um als Einwanderer nach Kanada zu kommen Wirtschaftsimmigranten sind die größte Gruppe der Einwanderer nach Kanada, siehe Seite 167 Welche Rolle spielt die Gesundheit, wenn man nach Kanada einwandern will? Jeder potenzielle Einwanderer muss einen guten Gesundheitszustand nachweisen Die Einreise nach Kanada könnte einer Person verwehrt werden, wenn Ihr Gesundheitszustand die Gesundheit von Kanadiern in Gefahr bringen könnte, zum Beispiel wenn die Person an Tuberkulose leidet Sie an einer Krankheit leiden, die die öffentliche Sicherheit gefährdet, zum Beispiel eine geistige Störung Ihr Gesundheitszustand eine zu hohe Belastung für die medizinische Versorgung Kanadas darstellt, zum Beispiel HIV-AIDS Keine dieser Gesundheitsanforderungen gelten für Menschen, die als Flüchtlinge oder Familienklasse Immigranten nach Kanada kommen Verbindung zu den großen Ideen 1. Welche Vorteile und Nachteile hat das Punktesystem in Kanada? Erstelle eine Tabelle und ordne deine Ideen Tausche deine Ideen mit einem Partner aus 2. Entwickelt in Zweier- oder Dreiergruppen Kriterien für die Aufnahme neuer Immigranten ins Land Überlegt euch, was wichtig ist zum Beispiel, was brauchen Kanadier, was ist für den Antragsteller fair Teilt eure Kriterien mit der Klasse Seid bereit, die Gründe für eure Kriterien zu erklären 3. Suche in den nächsten paar Wochen Zeitungsartikel über Immigration 4. Welche aktuellen Fragen werden diskutiert? 5. Mit den Artikeln kannst du eine Mediakollage herstellen Arbeite zusammen mit einem Partner und teile deine Informationen und deine Ansichten Wie unterscheiden sich die heutigen Immigrationsgesetze Kanadas von denen der Vergangenheit? Niemand wird heute aufgrund seiner Rasse oder seines Herkunftslandes von Kanada ausgeschlossen Das Punktsystem beispielsweise bewertet die Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Ausbildung In der Vergangenheit bevorzugte Kanada Einwanderer britischer Herkunft und begrenzte die Einwanderung aus asiatischen Ländern wie China und Indien Auf diesem Foto aus dem Jahr 1914 sieht man Menschen aus Indien bei einem Protest gegen die Einwanderungspolitik Kanadas Sie kamen auf einem japanischen Schiff, der Komagata Maru, in Vancouver an Zu der Zeit gestattete Kanada die Einreise von Menschen aus Indien nur, wenn sie direkt aus Indien kamen ohne irgendwo anders anzuhalten Da keine Schifffahrtslinie dieses Angebot machen konnte, wurden Einwanderer aus Indien durch Kanadas Einwanderungspolitik ausgeschlossen Die kanadischen Behörden ließen die Passagiere der Komagata Maru nicht aussteigen Unterstützer des Protests haben die Entscheidung vor Gericht angefochten, aber sie haben den Fall verloren Nach zwei Monaten wurde das Schiff gezwungen, nach Asien zurückzukehren Aufforderung Denke kritisch Was denkst du? Warum haben sich die Richtlinien für Immigration in Kanada mit der Zeit verändert? Wie werden sie sich in Zukunft ändern? Debbie Yam aus Toronto zeigt die Kopfsteuerbescheinigung ihres chinesischen Großvaters Zwischen 1885 und 1923 begegnete Kanada der Zuwanderung aus China, in dem jeder chinesische Immigrant eine Festgebühr, auch Kopfsteuer genannt, zahlen musste Dieses Gesetz war eines von vielen, um die Einwanderung aus Asien einzuschränkten Heute, und bereits seit über einem Jahrzehnt sind Menschen aus Asien die größte Immigrantengruppe nach Kanada Im Jahr 2006 entschuldigte sich die kanadische Regierung bei den chinesischen Bürgern Kanadas für die Kopfsteuer Wiederholung Kapitel 5 Worum ging es in Kapitel 5? Nach welchen Kriterien werden Einwanderer und Flüchtlinge in Kanada aufgenommen? Welchen Einfluss haben Individualrechte und Kollektivrechte von Kanadien auf die Immigrationsrechte und Richtlinien? Welchen Einfluss haben die Provinzen auf Immigrationsgesetze und Einwanderungspolitik? Greif das Thema des Kapitels noch einmal auf Benutze, was du in diesem Kapitel gelernt hast, um deine eigene informierte Ansicht über das Thema dieses Kapitels auszubilden Wie effektiv reagieren die Immigrationsgesetze und die Einwanderungspolitik Kanadas auf Immigrationsfragen? Bearbeite die Anleitungen auf Seite 55, zeige, was du gelernt hast, um deine Position zu präsentieren Teile, was du gelernt hast Wende deine Forschungsfähigkeiten an und untersuche, wie ein Faktor der Immigrationspolitik von heute die Einwanderungspolitik der Vergangenheit beeinflusst hat Berichte mündlich über das Verhältnis zwischen dem Kontext der Zeit und den Rechtsvorschriften für Immigration Im Schild Center auf den Seiten 356 bis 369 findest du Tipps, wie du eine Untersuchung durchführen kannst Suche dir ein provinzielles oder föderales Immigrationsthema, das zurzeit in den Medien besprochen wird oder das in diesem Kapitel erwähnt wird Schreibe einen Brief an den Minister für Staatsbürgerschaft und Immigration und teile ihm deine Meinung zu diesem Thema mit Schlage vor, wie die Regierung auf dieses Thema eingehen sollte, um den Bedürfnissen der Kanadier gerecht zu werden Reflektiere, bevor du vergisst Überlege dir, was du in diesem Kapitel über Kanadas Immigrationsgesetze und Richtlinien gelernt hast Schreibe diese Gedanken zu Ende In diesem Kapitel habe ich über das Forschungsverfahren gelernt Das Wichtigste, was ich in diesem Kapitel über die Immigration in Kanada gelernt habe, ist Das, was ich noch darüber lernen will, wie die Regierungen auf neue Fragen zur Immigration reagieren, ist Kompetenzbereich Links mit der Technologie Mach eine Online-Recherche über Gruppen und Organisationen, die neue Einwanderer willkommen heißen und unterstützen Fasse die Dienstleistungen, die sie anbieten, zusammen Erkundige dich, ob deine Zusammenfassung in deiner Schülerzeitung oder einer Lokalzeitung erscheinen könnte, um neue Einwanderer über diese Dienstleistungen zu informieren Schritte ein Thema zu erforschen In diesem Kapitel hast du Faktoren kennengelernt, die Kanadas Immigrationsgesetze beeinflussen Welcher Ansicht bist du? Welche Faktoren sollten die Einwanderungspolitik Kanadas am meisten prägen? Wirtschaft, Politik, Gesundheit oder Sicherheit Um mehr darüber zu erfahren, kannst du eine der vier Faktoren intensiver erforschen Die Forschung kann dir dabei helfen, deine eigene informierte Ansicht über das Thema zu entwickeln Die Ablaufschritte im Abschnitt Erkenne das Thema und antworte darauf, Seiten 12 und 13, helfen dir dabei Auf der nächsten Seite gibt es mehr Einzelheiten Was ist, ein Thema zu erforschen? Die Forschung beginnt mit Fragen und endet mit Schlussfolgerungen Das scheint eine gerade Linie zu sein, aber in Wirklichkeit ist es eher ein Kreis Manchmal musst du deine Fragen ändern, während du mehr über ein Thema lernst Du musst zurückgehen und deinen Ausgangspunkt korrigieren Es ist wichtig, für andere Ideen offen zu bleiben Ich mache gern ein Diagramm, das den Zusammenhang zwischen den Informationen zeigt Dann kontrolliere ich, wie gut die Informationen und das Diagramm einander entsprechen Ich ändere das Diagramm, damit es den Informationen entspricht und dann verwende ich es, die Informationen zu dokumentieren Manchmal stelle ich dann fest, dass ich mehr Informationen brauche Versuch das mal! Diese Schritte helfen dir, deine Ideen für dein Storyboard zu erforschen zu sammeln und zusammenzufassen Die Zahlen an der Seite der Tabelle zeigen, wie dieser Vorgang den Schritten entspricht die im Abschnitt, das Problem identifizieren und ansprechen, Seiten 12 und 13, beschrieben werden Schritte Notizen Wähle ein Thema Welches Thema willst du erforschen? Inwiefern betreffen Sicherheitsfragen die Einwanderung? Planung Ein Plan hilft dir, einen Anfang zu machen Am besten schreibst du zuerst einige Fragen auf, die du erforschen willst Dann kannst du herausfinden, wo du die Informationen bekommen kannst Fragen Informationsquellen Welche Sicherheitsanliegen gibt es für kanadische Beamte? Wie vielen Menschen werden wegen Sicherheitsanliegen abgewiesen? Welche Gruppen in Kanada haben eine Ansicht zu diesem Thema? Sammeln Suche nach Informationen aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel im Internet, in Büchern und in Zeitungen Überlege dir, welche Quellen die nützlichsten Informationen enthalten Meine Checkliste für nützliche Informationen Im Zusammenhang mit meinen Fragen Nicht voreingenommen Von informierten Menschen und Organisationen Analysieren Analysieren Erfasse die wesentlichen Informationen, die dir helfen, mehr über dein Thema festzustellen Suche nach Mustern und ziehe deine Schlussfolgerungen Suche die Zusammenhänge zwischen diesen Ideen Bedingungen für den Reisepass Wen die Sicherheit betrifft Grenzsicherheit Perspektiven verschiedener Gruppen Organisieren Ordne die Informationen auf überzeugender Weise Wende deine Überzeugungskraft an Wann haben wir die Schritte über Überzeugungskraft durchgenommen? Hinweis, nochmal nachschlagen Gestalten Stelle ein Produkt her, das deine Ideen wirksam übermittelt Für mein Storyboard werde ich meine Ideen nicht schriftlich, sondern in Begleitkommentaren darstellen Teilen Teile deine Forschung mit anderen Mein Storyboard muss meine Forschung und Ideen darstellen Hinweis, sei bereit, das Storyboard in der Klasse zu erklären Welche Bedingungen gelten für Kanadas Flüchtlingspolitik? Flüchtlinge sind nach dem Gesetz für Immigration und Flüchtlingsschutz eine der Kategorien von Einwanderern Hier findest du Hintergrundinformationen zu der Entwicklung der kanadischen Position über Flüchtlinge 1951 ist Kanada dem UN-Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge, die Flüchtlingskonvention, beigetreten Zwischen 1950 und 1970 bot Kanada Flüchtlingenschutz als Reaktion auf spezifische Weltkrisen und Notsituationen Seit 1976 gehören Flüchtlinge zu einer der Kategorien für Immigration in Kanada Diese Änderung bedeutete, dass Kanada nun kontinuierlich Flüchtlinge aufnehmen würde und nicht von Krise zu Krise Was sagt das Gesetz für Immigration und Flüchtlingsschutz über Flüchtlinge aus? Einige Ziele des Gesetzes für Immigration und Flüchtlingsschutz, 2002 Ziele für Kanadas Flüchtlingsprogramm Leben zu retten und den Menschen, die verfolgt und vertrieben werden, Schutz zu gewähren Kanadas internationales Engagement für den Schutz von Flüchtlingen zu erfüllen und zu stärken Den Menschen, die behaupten, verfolgt zu werden, eine faire Berücksichtigung als Ausdruck Kanadas humanitärer Ideale zu gewähren Den Menschen Zuflucht gewähren, die wegen Rasse, Religion, politischen Ansichten oder Angehörigkeit zu einer Gesellschaftsgruppe verfolgt werden, sowie den Menschen, die Folter oder grausame oder ungewöhnliche Behandlung oder Bestrafung erleiden könnten In diesem Foto sieht man ungarische Flüchtlinge, die im Jahr 1956 ein Flugzeug nach Vancouver besteigen Kanada hat 37.000 Flüchtlinge aus Ungarn aufgenommen Sie hatten gegen die Regierung ihrer Heimat opponiert, einer Regierung, die keinen Widerspruch tolerierte Aufforderung, denke kritisch Welche Fragen ergeben sich durch die Aufnahme von Flüchtlingen in Kanada? Das Erlebnis eines Flüchtlings Mary ist im Jahr 2005 als Flüchtling aus dem Sudan nach Kanada gekommen Der Bürgerkrieg im Sudan hatte ihre Familie zerrüttet und ihr Leben in Gefahr gebracht Im Sudan war es wie im Zweiten Weltkrieg Überall haben Menschen gekämpft und keiner wusste, wohin wir sollten Meine Familie wurde getrennt, wir konnten einander nicht finden und so wurde ich Flüchtling Später stellte ich fest, dass meine Mutter lebte und dass sie in Kanada war Also kam ich im Jahr 2005 mit meinen beiden Brüdern hierher Ich war zwölf Jahre alt und meine Brüder waren acht und neunter Als wir in Kelgere landeten, holte meine Mutter uns am Flughafen ab Ich hatte sie seit acht Jahren nicht gesehen Ich konnte mich nicht mehr an sie erinnern, sie kam mir so anders vor Aber weil sie meine Mutter war, dachte ich, okay, ich werde sie umarmen Als wir in Kelgere ankamen, wusste ich nicht, was mich erwarten würde Ich war mir nicht bewusst, dass es ein schönes Land, ein sicheres Land war Ich dachte, es gäbe Krieg und Kämpfe, genau wie im Sudan Ich mache mir Sorgen um meinen Vater, meine Stiefmutter und meine Stiefbrüder Ich mache mir Sorgen, wenn ich die Nachrichten höre und feststelle, dass die Menschen im Sudan immer noch kämpfen Ich hoffe, sie sind sicher Kanadier sind in der glücklichen Lage, keinen Krieg erleben zu müssen Und sie haben Glück, gute Schulen zu haben Sie sollten Gott danken, weil sie so viel Glück haben Mary, ein Flüchtling aus dem Sudan, wohnt jetzt in Alberta Verbindung zu den großen Ideen 1. Welche Beweise kannst du auf den Seiten 177 und 178 dafür finden, dass die Einwanderungspolitik Kanadas auf Weltprobleme reagiert? 2. Welche Beweise kannst du dafür finden, dass politische Faktoren die Flüchtlingspolitik Kanadas beeinflussen? Welche Veränderungen in der Einwanderungspolitik Kanadas gibt es als Reaktion auf Sicherheitsbedenken? 3. Kanadas Position zu Flüchtlingen entwickelte sich als Antwort auf Weltprobleme Verwende die Informationen auf dieser Seite, um zu untersuchen, wie Weltprobleme die Einwanderungspolitik Kanadas gestaltet haben Vergleiche die folgenden Auszüge Sie stammen aus Kanadas neuestem Immigrationsgesetz und dem Gesetz, das früher in Kraft war Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede bemerkst du in diesen Einwanderungsgesetzen? Welche Erklärung hast du dafür? Aufgrund der Informationen auf dieser Seite und der bisherigen Informationen in diesem Kapitel, warum beeinflussen Sicherheitsangelegenheiten die Einwanderungspolitik Kanadas? Einwanderungsgesetz 1976 19. Keiner Person wird die Einreise gestattet, die einer der folgenden Klassen angehört Personen, die an irgendeiner Tat der Spionage oder Subversion gegen demokratische Regierungen, Institutionen oder Verfahren, wie sie in Kanada verstanden werden, beteiligt sind Personen, für die es hinreichende Gründe zur Annahme gibt, dass sie mit der Gewalt einer Regierung während ihres Aufenthalts in Kanada eine Subversion betreiben oder anstiften Gesetz für Immigration und Flüchtlingsschutz, 2002 34. ständige Bewohner oder ausländische Staatsangehörige werden aus Sicherheitsgründen unzulässig erklärt, wenn sie a. an irgendeiner Tat der Spionage oder Subversion gegen demokratische Regierungen, Institutionen oder Verfahren, wie sie in Kanada verstanden werden, beteiligt sind b. sie Subversion mit Gewalt einer Regierung betreiben oder anstiften c. an terroristischen Aktivitäten beteiligt sind d. die Sicherheit Kanadas gefährden e. sich an Gewalttaten beteiligen, die das Leben oder die Sicherheit von anderen gefährden könnten f. einer Gruppe angehören, die hinreichende Gründe für den Verdacht liefert, dass sie an Tätigkeiten aus Absatz a, b oder c. beteiligt war, sich beteiligt oder beteiligt sein wird Wusstest du das? Viele Ereignisse und Probleme in anderen Teilen der Welt können dazu beitragen, dass mehr Menschen beantragen, als Einwanderer nach Kanada zu kommen Wie beeinflussen Individualrechte und Kollektivrechte unsere Immigrationsgesetze und Einwanderungspolitik? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt findest du Bregtheim gleich und Emp, Quad, Einses und Emp, Quad Informationen und Ansichten über eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes über Individualrechte und Flüchtlinge Perspektiven der First Nations zur Immigrationspolitik Interviews über Themen, die aus der Immigration für Frankofone in Alberta entstehen, Bregtheim Hinweis, diese Sprachqualifizierungen beziehen sich nur auf wirtschaftliche Einwanderer Schau dir den Comic, die Punkte summieren, auf den Seiten 169 und 170 noch einmal an Sprachqualifizierungen beziehen sich nicht auf Einwanderer der Familien, Klasse oder Flüchtlinge Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt bearbeitest, achte auf Die Beziehungen zwischen den rechten und politischen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und Sicherheitsfaktoren, also Faktoren, die für deine Kapitelaufgabe wichtig sind Möglichkeiten und Herausforderungen von Immigration für Gruppen mit Kollektivrechten in Kanada Welche Sprachen sprechen kanadische Immigranten? Französisch und Englischkenntnisse von Immigranten, 2006 5% Französisch 53% Englisch Top 5 Sprachen von Immigranten, 2006 Mandarin Englisch Arabisch Punjabi Spanisch 33% weder Französisch noch Englisch 9% Französisch und Englisch Welche Fragen der Einwanderung stellen sich für Kanadas amtssprachige Gruppen aufgrund der Informationen in dieser Grafik? Was ist die Singh-Entscheidung? Der 4. April ist in Kanada der sogenannte Tag des Flüchtlings, Refugierigstee, nach einer Entscheidung des obersten Gerichthofes im Jahr 1985, der sogenannten Singh-Entscheidung. Die Fakten Satnam Singh ist aus Indien nach Kanada gekommen und beantragte den Flüchtlingsstatus. Die Regierung Kanadas lehnte seinen Fall nach dem Immigrationsgesetz, Immigration Act, von 1976 ab. Nach den Vorschriften des Immigrationsgesetzes von 1976 dürfte Herr Singh seinen Fall nicht persönlich verteidigen und hatte kein Recht auf Einspruch gegen die getroffene Entscheidung. Der oberste Gerichtshof stellte fest, dass damit Absatz 7 der Charta der Rechte und Freiheiten verletzt wurde. Darin steht, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit. Diese Rechte sollen keinem vorenthalten werden, es sei denn nach Maßstäben von Grundrechten. Das oberste Gericht stellte fest, dass das Wort, jeder, in der Charta sich auf alle bezieht, jeder Mensch in Kanada, der persönlich anwesend ist. Das Ergebnis Menschen, die den Flüchtlingsstatus in Kanada beantragen, haben das Recht auf ein Anhörungsverfahren, an dem sie persönlich teilnehmen. Kanada gründete das Immigration-Entrefugie-Board, um schnelle und faire Anhörungsverfahren zu gewährleisten. Die Regierung Kanadas versorgt die Menschen, die den Flüchtlingsstatus beantragen, mit dem Nötigen zum Leben, während sie auf ein Anhörungsverfahren warten. Wusstest du das? Die Individualrechte in der Charta der Rechte und Freiheiten gewähren jedem Menschen in Kanada Schutz, ob man kanadischer Staatsbürger ist oder nicht. Die einzigen Rechte, die für Nichtstaatsangehörigen nicht gelten, sind demokratische Rechte, zum Beispiel das Wahlrecht. Jeder Mensch, der den Flüchtlingsstatus in Kanada beantragt, wie Imam Saeed Yaziri, hier abgebildet, hat ein persönliches Anhörungsverfahren vor dem Immigration-Entrefugie-Board. Sie haben dieses Recht aufgrund der Singh-Entscheidung und der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten. Einige Beispiele von Ansichten und Perspektiven zur Singh-Entscheidung Kanadier haben unterschiedliche Ansichten über die Singh-Entscheidung und debattieren heute noch über die Auswirkungen. Hier sind einige Meinungen, die Kanadier vielleicht haben könnten. Die einzigen Menschen, die als Immigranten oder Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, sind die, die sich angemessen bewerben und die im Ausland überprüft worden sind. Es sollte kein automatisches Recht für Flüchtlinge oder Einwanderer geben, nach Kanada zu kommen. Wie kann man sich von seinem Heimatland nach Kanada bewerben, wenn man dort verfolgt wird? Wir müssen Menschen in solchen Situationen die Gelegenheit für eine vollständige Anhörung geben. Die Singh-Entscheidung wurde von nicht gewählten Beamten getroffen, Richter des obersten Gerichtshofes. Sollte der oberste Gerichtshof solche wichtigen Entscheidungen allein treffen dürfen, ohne die Bürger Kanadas dazu zu befragen? Es ist unfair, dass kanadische Steuerzahler die Kosten für Rechtshilfe, medizinische Versorgung, Unterkunft, Verpflegung und Sicherheitsmaßnahmen für die Menschen tragen müssen, die unerlaubt in unser Land kommen und dann behaupten, sie seien Flüchtlinge. Diese Vorschriften fördern den Missbrauch des Rechtssystems, Menschen reisen ohne Ausweispapiere oder Identifikation ein und kommen damit durch. Wie können wir ohne Nachweis wissen, wer sie wirklich sind? Wir müssen Menschen, deren Menschenrechte bedroht werden, schützen. Unsere früheren Richtlinien verletzten die Charta der Rechte und Freiheiten und mussten deshalb geändert werden. Die Singh-Entscheidung steht in Einklang mit unseren eigenen Menschenrechtsbestimmungen und mit den internationalen Abkommen, die Kanada abgeschlossen hat. Verbindung zu den großen Ideen Erster überlege dir, was du auf den Seiten 181 und 182 über Flüchtlingsrechte gelernt hast. Welche gleichen individuellen Rechte wie kanadische Staatsbürger haben Flüchtlinge, die nach Kanada einreisen wollen? Beschreibe eine Auswirkung, die dieses Recht auf das Immigrations-Gesetz in Kanada ausübt. Erkläre, warum Menschen unterschiedliche Ansichten über dieses Recht haben. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Rechten und Gemeinschaft? Was haben Flüchtlingsrechte damit zu tun, wer eigentlich in Kanada dazu gehört? Zweiter führe deine eigene informelle Debatte über ein Thema, das sich auf die Sinn-Entscheidung bezieht. Inwiefern sollte Kanada allen Menschen den Flüchtlingsstatus gewähren, die ihn beantragen? Wende an, was du über die Planung und Vorbereitung einer Debatte in Kapitel 3 auf Seite 116 gelernt hast. Auf Seite 372 im Schills-Center findest du mehr Tipps zu Debatten. Welche Bedeutung hat Immigration auf die Die Ureinwohner sind Teilhaber Kanadas. Sie haben in der Verfassung verankerte Kollektivrechte und eine berechtigte Erwartung, dass sie konsultiert werden, wenn die kanadische Regierung Entscheidungen über die Zukunft des Landes trifft. Verträge und Übereinkommen zwischen First Nations, Inuit oder Metis-Völkern und der Regierung Kanadas führen zur Verpflichtung für Kanada und für die Ureinwohner, zusammenzuarbeiten und den Wohlstand zu teilen. Manche Ureinwohner stehen aber immer noch vor Problemen mit Gesundheit, Ausbildung und Beschäftigung, die durch Armut und den Auswirkungen früherer Richtlinien und Gesetzen entstanden sind. Diese Probleme können Hindernisse für Menschen der First Nations-, Inuit- oder Metis-Gemeinden schaffen, sich voll an der Wirtschaft Kanadas zu beteiligen. Zum Beispiel haben manche Schwierigkeiten, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu finden oder Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten. Solche Bedingungen können Probleme erzeugen, besonders in den Zeiten, wo Kanada mehr qualifizierte Arbeiter und Fachkräfte braucht und diese Stellen teilweise durch Immigration zu füllen versucht. Kessrin Leinchburi ist Metis und Lehrling in Alberta, wo sie ihre Schweißerlehre macht. Die First Nations, Metis und Inuit sind die am schnellsten wachsenden Gruppen in Kanada, aber sie sind auf dem Arbeitsmarkt völlig unterrepräsentiert. Wie würde der effektivere Einsatz der Ureinwohner in der kanadischen Wirtschaft ihre Lebensqualität, Gemeinschaft und Identität beeinflussen? Die Regierung versucht, das Wachstum in Kanada in ausgebogener Weise zu fördern, während sie versucht, auf die Bedürfnisse aller Menschen einzugehen und ihre Rechte zu respektieren. Die Art und Weise, wie die Regierung das macht, kann manchmal zu Problemen für Kanadier führen. Aufforderung Die Versammlung der First Nations repräsentiert viele, aber nicht alle First Nations in Kanada. Die Versammlung der First Nations strebt nach Anerkennung der First Nations als Partner in Kanada, mit dem Recht an der vollen Teilnahme an Kanadas Wohlstand. Aufforderung Was wäre vielleicht die Perspektive der Regierung zu dieser Resolution und wie sieht die Perspektive eines Immigranten dazu aus? Wie könnte eine Balance zwischen diesen Perspektiven erreicht werden, sodass Entscheidungen über Immigration zum Wohle aller Menschen in Kanada gemacht werden könnten? Das Problem identifizieren und ansprechen Vergleiche die Aussage des Staatlichen Amts für Staatsbürgerschaft und Immigration in Kanada, Citizenship and Immigration Kanada, auf Seite 168 mit der Resolution der Versammlung der First Nations auf dieser Seite. Welche Probleme ergeben sich aus diesem Vergleich? Schau dir den Absatz Das Problem identifizieren und ansprechen, auf den Seiten 12 und 13 an, um deine Antwort zu formulieren. Welche Herausforderungen und Möglichkeiten bietet Immigration für franco-albertanische Gemeinden? Im Jahr 2006 verfasste Kanada einen Fünfjahresplan mit dem Ziel, für frankofone Gemeinden, die in der Minderheit waren, französisch sprechende Einwanderer anzuwerben. Inwiefern erfüllt dieser Plan den Bedarf der Frankofonen in Alberta, die sich in einer Minderheitssituation befinden? Was kannst du von den Kommentaren auf dieser Seite lernen? Es ist uns gelungen, in Edmonton und Calgary Gemeindezentren zu gründen, um frankofone Einwanderer zu begrüßen und ihnen behilflich zu sein, sich hier einzuleben. Wir arbeiten mit den Einwanderern zusammen und zeigen ihnen, dass sie Teil der frankofonen Gemeinde werden können und dass sie auch in der Minderheit wie hier in Alberta ihre Verbindung zur französischen Sprache und Kultur nicht verlieren müssen. Wenn man vor zehn Jahren eine frankofone Schule in Alberta besucht hätte, hätte man keine afrikanischen Kinder gesehen, und wenn, dann sehr wenige. Jetzt sieht man sie in Edmonton und Calgary in großer Zahl. Ihre Prozentzahl nimmt ständig zu. Das fordert eine große Umstellung der frankofonen Institutionen, da sie sich mit Menschen, die aus außereuropäischen Kulturen stammen, auseinandersetzen müssen. Wir wollen, dass die frankofonen Organisationen einsehen, dass es hier eine Aufgabe gibt, wir müssen Menschen aus außereuropäischen Kulturen bei uns willkommen heißen und integrieren, besonders die aus französisch Afrika. Frankofone brauchen eine Vision für die französischsprachige Immigration in diese Provinz. Zu viele französischsprachige Einwanderer sind nach ihrer Ankunft nur Zahlen, Statistiken, nicht anders als alle anderen Einwanderer. Die Studenten werden von den englischen Schulen angezogen. Die Eltern beteiligen sich nicht an den Schulen. Wir müssen diese Probleme der Immigration ansprechen. Ein Symposium ist eine Veranstaltung, bei der Menschen ihre Ideen miteinander teilen. Wie beweist die Organisation eines Symposiums und die Teilnahme daran aktive Gemeinschaft? Frank M. Simahon ist ehemaliger Dekan der Fakultät Saint-Jean an der Universität Alberta. Er hat 2008 dazu beigetragen, ein frankofones Symposium zu organisieren. Das Thema, die Integration französischsprachiger Einwanderer in Alberta. Pauline Moulatres ist Soziologie-Professor der Fakultät Saint-Jean an der Universität Alberta. Wie Frank M. Simahon hat auch er zu dem frankofonen Symposium über Integration beigetragen. Dr. Moulatres emigrierte aus der Demokratischen Republik Kongo nach Kanada. Verbindung zu den großen Ideen 1. Inwieweit haben Frank M. Simahon und Pauline Moulatres ähnliche oder unterschiedliche Perspektiven über Immigration? Stütze deine Schlussfolgerungen mit Beweisen von dieser Seite. 2. Identifiziere und erkläre eine Verbindung zwischen der Tabelle auf Seite 180 und den Perspektiven von Frank M. Simahon und Pauline Moulatres auf dieser Seite. Welchen Einfluss haben die Provinzen auf Einwanderungsgesetze und Richtlinien? In diesem Abschnitt befinden sich eine Karte, die beschreibt, wo Einwanderer sich in Kanada ansiedeln. Notizen darüber, wie die Provinzen die Immigration beeinflussen. Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte auf Fakten über die regionale Verteilung von Einwanderern. Wie die Verteilung von Einwanderern die Lebensqualität der Kanadier beeinflusst. Wie föderale Einwanderungsgesetze versuchen, diese Fragen anzusprechen. Yolanda James ist Ministre de El und Apos, Immigration et des Communautes Kulturelles, Ministerin für Einwanderung und Kulturgemeinden, in Québec. Die Immigration ist eine Verantwortung der föderalen Regierung Kanadas. Überlege dir, warum glaubst du, dass Québec seine eigene Einwanderungsministerin hat? Gibt es andere Provinzen, die ihre eigenen Immigrationsminister haben? Wie wirkt sich Immigration auf die Städte und Regionen Kanadas aus? Verwende die Informationen auf den Seiten 188 bis 191 und überlege dir einige Auswirkungen der Immigration auf Kanada. Wie stellt man geografische Fragen? Geografische Fragen untersuchen, wie Menschen und ihre physische Umwelt einander beeinflussen. Sie helfen dir, mehr über das Thema zu erfahren, weil sie dich anregen, dich auf andere Art zu erkundigen. Sie helfen dir, die Themen mit der physischen Welt zu verbinden und Schlussfolgerungen über deine Umgebung zu ziehen. Wenn du dir die Karte und die Tabelle auf der folgenden Seite anschaust, kannst du geografische Zusammenhänge erforschen, indem du dir folgende Fragen überlegst. Wie sind Karte und Tabelle miteinander verbunden? Wie beziehen sie sich auf Immigration? Siehst du irgendwelche Immigrationsmuster oder Trends für Städte und Regionen? Welche Möglichkeiten und Herausforderungen schafft die Ansiedelung von Immigranten für Städte und Regionen? Wie betrifft das die Lebensqualität von Kanadien? Welche Schlussfolgerungen kannst du über die physischen Auswirkungen von Einwanderung auf Städte ziehen? Denk an Umweltauswirkungen. Denk an die Kosten für Straßen- und Abwassersysteme. Auf welche weiteren geografischen Probleme weisen die Informationen hin? Wo sich Immigranten in Kanada ansiedeln, 2007 Diese Karte zeigt die ersten drei Orte, in denen sich Einwanderer im Jahr 2007 ansiedelten. Im Rest von Kanada siedelten 32% aller Immigranten. Um mehr über Immigration in Alberta zu erfahren, siehe Seite 190. Toronto, Bevölkerung und Grundfläche Zensusjahr 1981 1986 1991 2001 2001 2006 Bevölkerungszahl 2,998,947 3,427 3,427,165 3,893,046 4,263,757 4,682,897 5,113,149 Quadratkilometer 3,752,94 5,613,71 5,583,51 5,587,73 5,902,74 5,903,63 5,903,63 5,903,63 5,903,63 5,903,63 5,903,63 Aspekte der Immigration und versuchen dadurch sicherzustellen, dass die Integration passt und ihre Bedürfnisse erfüllt. Das Provinzielle Nominierungsprogramm Im Rahmen des Provinziellen Nominierungsprogramms dürfen Provinzen einen Prozentsatz der von Kanada ausgewählten Einwanderer nominieren. Das bedeutet ZB, dass Alberta vorgeben darf, dass es Immigranten mit besonderen Kompetenzen benötigt. Das Programm erlaubt einigen Provinzen auch, ihre eigenen Immigrationsämter im Ausland einzurichten. Regierungen in Kanada dürfen von Immigranten nicht verlangen, sich in bestimmten Orten niederzulassen oder an besonderen Arbeitsplätzen zu arbeiten. Das provinzielle Nominierungsprogramm erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Einwanderer sich in den Provinzen ansiedeln, dessen Fachkräftebedarf ihren Kompetenzen entspricht. Alberta nimmt zurzeit jährlich ungefähr 20.000 Einwanderer auf. Ich erwarte, dass das erweiterte Provinzielle Nominierungsprogramm hilft, Immigration zu erhöhen und zu beschleunigen und auf unseren Arbeitskräftemangel reagiert. Alberta braucht die richtigen Arbeiter mit den richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit. Pressemitteilung von der Regierung Albertas – Erweitertes Programm führt zu einem Anstieg der Immigration – 22. Mai 2007. Iris Evans war 2007 Albertas Ministerin für Beschäftigung, Immigration und Industrie. Beschäftigung und Immigration sind mit der Industrie verbunden, denn die Industrie schafft Arbeitsplätze, die Arbeitskräfte benötigen. Verbindung zu den großen Ideen 1. Alberta wollte 2007 aus wirtschaftlichen Gründen, vor allem wegen des Ölsandbooms den Immigrationsstrom beschleunigen. Inwiefern hat sich diese Situation bis heute geändert? Inwiefern ist sie gleich geblieben? 2. Welche Probleme entstehen für Immigration durch wirtschaftliche Veränderungen? 3. Beschäftigung, Immigration und Industrie in einem Ministerium zusammen in Sofassen. Das Amt von Iris Evans im Jahr 2007 ist ein Beispiel für die Politik einer Regierung. Was reflektiert diese Politik über die Ziele der Regierung in Bezug auf Immigration? 4. Welche Arbeitskräfte braucht Alberta? Im Jahr 2007 erklärte Albertas Ministerin für Beschäftigung, Migration und Industrie, dass Alberta mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen habe. Sieh dir die Tabelle auf dieser Seite an. In welchen Teilen der Wirtschaft Albertas herrschten Arbeitskräftemängel? Geschäfte und Dienstleistungen, die 2006 in Alberta Personalmangel gemeldet haben. Wenn du dafür verantwortlich wärst, Prioritäten für die Immigration von Alberta festzulegen, wie würden die Informationen aus der Grafik links deine Entscheidungen beeinflussen? Auf welche Fähigkeiten sollte die föderale Regierung, deiner Meinung nach, bei der Immigration zielen? 4. Prozentzahl an gemeldeten Wirtschaftssektor Personalmangel Bauwirtschaft, zum Beispiel Schreiner und Dachdecker 98% Transportwesen, zum Beispiel Lastwagenfahrer und Busfahrer 91% Herstellung, zum Beispiel Chemieingenieur 89% Ressourcenentwicklung, zum Beispiel Baggerfahrer 86% Einzelhandel, zum Beispiel Verkaufspersonal 85% Tourismus- und Hotelbranche, zum Beispiel Hotelpersonal 78% Landwirtschaft, zum Beispiel Landarbeiter 68% Bildung, Gesundheit, Sozialleistungen, zum Beispiel Lehrer, Krankenpfleger, Psychische Gesundheitsversorgung, Sozialarbeiter 58% Gesamtanzahl für Alberta 84% Das Kanada-Québec-Abkommen Das Kanada-Québec-Abkommen ist eine besondere Vereinbarung mit Québec. Im Rahmen dieses Abkommens kann Québec den Prozentsatz der Einwanderer nach Kanada entsprechend seiner Bevölkerungszahl in Kanada nominieren. Das Abkommen gibt Québec auch das Recht zu verlangen, dass Einwanderer, die nach Québec kommen, ihre Kinder in französischsprachige Schulen schicken. Im Rahmen des Kanada-Québec-Abkommens sucht Québec Einwanderer mit Französisch als Muttersprache. Jährlich lassen sich ungefähr 75 eher französischsprachigen Immigranten von Kanada in Québec nieder. Insgesamt ziehen mehr Nicht-Frankophone als Frankophone Einwanderer nach Québec. Das Abkommen – eine formelle Vereinbarung Aufgrund der Informationen Auf dieser Seite, wie versucht das Kanada-Québec-Abkommen die französische Sprache in Nordamerika zu stärken? Bedenke, was du über die Rechte der amtssprachigen Gruppen unter der Charta der Rechte und Freiheiten in Kapitel 4 gelernt hast. Wie reflektiert das Abkommen diese Rechte? Im Rahmen des Kanada-Québec-Abkommens hat Québec in dieser Stadt ein Immigrationsamt – Damaskus in Syrien. Viele Menschen im Mittleren Osten, wo Syrien liegt, haben Französischkenntnisse, weil Frankreich während des 20. Jahrhunderts Teile des Mittleren Osten kontrollierte. Die Regierung Kanadas unterstützt die Anwerbung französischsprachiger Einwanderer aus Syrien und anderen Ländern der Welt. Überlege dir, wie könnten Einwanderer aus dem Mittleren Osten dabei helfen, die frankofone Identität in Kanada zu stärken? Verbindung zu den großen Ideen Erster Inwiefern bietet das Kanada-Québec-Abkommen der Provinz Québec die Möglichkeit, die Verwendung der französischen Sprache durchzusetzen? Nenne zwei Wege Zweiter Aufgrund der Informationen, die du gesammelt hast, inwiefern ist das Kanada-Québec-Abkommen vorteilhaft für Québec und vorteilhaft für Kanada? Bringe deine Aufgabe zum Abschluss Du musst ein Storyboard für einen Dokumentarfilm herstellen, das die folgende Frage beantwortet. Welche Faktoren sollten die Einwanderungspolitik Kanadas am meisten prägen? Wirtschaft, Politik, Gesundheit oder Sicherheit? Fasse deine Ideen zusammen Sieh dir die Tabelle, die du auf Seite 165 angefangen hast, noch einmal an. Das hilft dir bei deiner Bewertung der Fragen, die Immigration in Kanada betreffen. Bestimme die Fragen, die du für am wichtigsten hältst und erkläre deine Gründe. Untersuche die Kriterien, die diese Fragen betreffen und bestimme, welchen Faktor Wirtschaft, Politik, Gesundheit oder Sicherheit deiner Meinung nach die größte Auswirkung hat. Erkläre, warum dieser Faktor zum besonderen Fokus der Gesetze und Richtlinien für Immigration in Kanada werden sollte. Stelle dein Storyboard her. Zeichne mit Bleistift oder mit einem Computerprogramm jede Hauptidee auf eine separate Seite. Betrachte sie als Szenen deiner Dokumentation. Zeichne einen Hintergrund oder verwende Bilder, die du bei deiner Forschung gefunden hast. Füge Notizen über jede Szene hinzu. Beschreibe die Informationen, die übermittelt werden sollen. Die Szenen sollten deine Forschung wiedergeben. Ordne dein Storyboard in einer Reihenfolge. Überlege dir, wie du, der Entwerfer dieser Dokumentation, die Geschichte deiner Untersuchung erzählen willst. Was willst du anderen klar machen? Wiederholung Kapitel 5 Worum ging es in Kapitel 5? Nach welchen Kriterien werden Einwanderer und Flüchtlinge in Kanada aufgenommen? Welchen Einfluss haben Individualrechte und Kollektivrechte von Kanadien auf die Immigrationsrechte und Richtlinien? Welchen Einfluss haben die Provinzen auf Immigrationsgesetze und Einwanderungspolitik? Greif das Thema des Kapitels noch einmal auf Benutze, was du in diesem Kapitel gelernt hast, um deine eigene informierte Ansicht über das Thema dieses Kapitels auszubilden. Wie effektiv reagieren die Immigrationsgesetze und die Einwanderungspolitik Kanadas auf Immigrationsfragen? Bearbeite die Anleitungen auf Seite 55, zeige, was du gelernt hast, um deine Position zu präsentieren. Teile, was du gelernt hast Wende deine Forschungsfähigkeiten an und untersuche, wie ein Faktor der Immigrationspolitik von heute die Einwanderungspolitik der Vergangenheit beeinflusst hat. Berichte mündlich über das Verhältnis zwischen dem Kontext der Zeit und den Rechtsvorschriften für Immigration. Im Schild Center auf den Seiten 356 bis 369 findest du Tipps, wie du eine Untersuchung durchführen kannst. Unternehm etwas Suche dir ein provinzielles oder föderales Immigrationsthema, das zurzeit in den Medien besprochen wird oder das in diesem Kapitel erwähnt wird. Schreibe einen Brief an den Minister für Staatsbürgerschaft und Immigration und teile ihm deine Meinung zu diesem Thema mit. Schlage vor, wie die Regierung auf dieses Thema eingehen sollte, um den Bedürfnissen der Kanadier gerecht zu werden. Reflektiere, bevor du vergisst. Überlege dir, was du in diesem Kapitel über Kanadas Immigrationsgesetze und Richtlinien gelernt hast. Schreibe diese Gedanken zu Ende. In diesem Kapitel habe ich über das Forschungsverfahren gelernt. Das Wichtigste, was ich in diesem Kapitel über die Immigration in Kanada gelernt habe, ist Das, was ich noch darüber lernen will, wie die Regierungen auf neue Fragen zur Immigration reagieren, ist Kompetenzbereich Links mit der Technologie Mach eine Online-Recherche über Gruppen und Organisationen, die neue Einwanderer willkommen heißen und unterstützen. Fasse die Dienstleistungen, die sie anbieten, zusammen. Erkundige dich, ob deine Zusammenfassung in deiner Schülerzeitung oder einer Lokalzeitung erscheinen könnte, um neue Einwanderer über diese Dienstleistungen zu informieren. Ich freue mich, wenn du im Willy准! Wir meinen stationen sicher. Wir werden die Abolkommen騎end12そうだ. Wir machen den가지 Umwanderer über die Liebe und Lisa Körpers.